ja grüß gott servus und hallo liebe klempo freunde und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe hier bei martins klempo welt und schaut mal was ich wieder mitgebracht habe von happy bild den xtec super k 911 mit der artikelnummer y c qc 016 hat 2125 teile und ganz ganz viele tüten unterteilt in einzelne baustelle da haben wir ja mal 123456 das sind ungefähr 1234 5678 19 11 12 13 14 15 16 18 19 20 23 eine nicht nummerierte tüte dann noch mal hier die paumotor zweimal eine achse box akku box mit natürlich entsprechende aufladefunktion sind sehr hoch eine fernbedienung eine tüte mit drei blauen pins eine tüte mit kreuz aufnahmepinz und eine tüte mit schwarzem pinz vier felgen und vier reifen ja im prinzip werde ich ach so falls es noch nicht gesehen als wird wahrscheinlich ein porsche der heißt hier nur anders also ja ich werde daraus wahrscheinlich ein und zwei vielleicht auch ein dreiteiler machen werde ich sehen wie lange ich brauche ich fange auf jeden fall mal an sortiere alles auf meine schildchen fangen mit der ersten teil des brand akku box werde ich laden und später mal aus wie das ganze wird ja dann würde ich sagen ich fange einfach mal an bis gleich so da bin ich auch wieder jetzt habe ich den ersten bauabschnitt habe ich einmal eine tüte was ich verwende ich verwende prinzipiell nicht so ehemalige eisbehälter oder haribo behälter bin ich ganz in ordnung nicht ganz ideal bevor ich mir irgendwelche schüsseln kaufe also und dann habe ich noch vergessen haben wir natürlich auch aufkleber bei happy bill heißes borsche heißen soll vielleicht werde ich einige verwenden aber ich glaube es eher nicht zumal ich eigentlich hätte auch die motoren bekleben sollen aber irgendwie finde ich die aufkleber nicht dazu also lasse ich sie weg und hoffen wir auf gut glück ob das alles so schön klappt ja zusätzlich haben wir noch eine korrigu anleitung bei bauschnitt 456 da wird dann gezeigt wie wie die dran kommen werden hier das ist das kommt wahrscheinlich erst später im bauschritt vier oder fünf wird es sein ja dann würde ich sagen ich fange einfach mal an und wir sehen uns dann im nächsten tape wieder bis gleich so freunde nach den ersten fünf minuten zirka geschätzt fünf minuten haben wir die zwei baumotor schon mal miteinander verbunden im prinzip haben wir jetzt zwei dreier achsen verschoben dann haben wir hier jeweils zweimal haben wir so einen pin und so einen aufnahmepin die kommen dann quasi so zusammen haben wir hier durchgeschoben das ganze zweimal oben wie unten hier haben wir zwei neuner lift aber noch verbaut mit jeweils den schwarzen pins dazu ja und dann hier klemmkraft ist wie immer bei happy build bin ich immer wieder voll bewässert dass ich ihn baue so gern happy build ist super bis jetzt vielleicht wird sich das im laufe des des baus noch mehr bewahrheiten das hoffe ich zumindest dass es so bleibt ja ich würde sagen brauche ich doch einfach mal weiter so freundlich ich habe einen kleinen zwischenstand den kleinen zwischenbericht mal denn also bei dem vorigen modell man in torta wenn hat weil die kremmkraft wirklich miserabe gerade hier das war gerade das problem das hat nicht wirklich gehalten und hier hätte es fantastisch also ich bin immer wieder erstaunt wie diese firma mit den kurzen ich vermute man das sind kurze kleine eine so starke klemmkraft haben also legung ihr könnt euch mal anziehen puh das war aber ganz schön anstrengend das kann ich euch mal sagen also dieses frage stellen das war zu stellen zusammen zu klöppeln das war das war richtig richtig anstrengend naja ich habe es auf jeden fall gemacht der baumotor ist jetzt mit dem fahrwerk ich vermute mal dass es das hintere fahrwerk ist wo auch der andere weil der porsche der hat zwar einen frontantrieb aber angetrieben werden ja die meisten technisch autos hinten ich mache jetzt noch einen baustipp dann mache ich für heute schluss und dann mache ich dann morgen weiter ja ich bin echt mal gespannt wie das ganze laufen tut ich habe es ehrlich gesagt eigentlich noch gar nicht ausprobiert ob das auf die paum oder noch funktioniert werde ich sehen ich werde dann vielleicht mal testen oder jetzt im morgen testen wird das ganze funktioniert dann werden wir sehen aber auf jeden fall also es wird auf jeden fall erstmal riesiger spaß ist ein bisschen kompliziert zu bauen also die beiden hier miteinander zu verbinden gerade hier unten mit der kartonwelle ich weiß nicht ihr seht das wahrscheinlich nicht aber da drin ist die kartonwelle die miteinander verbinden das war eine ganz schöne art aber ich habe sie geschafft nein ich baue jetzt noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder so freunde das war für heute das letzte mal wie ihr seht habe jetzt hier in der zahl fertig gebaut zumindest unteren teil davon wir haben die federung eingebaut der zwitscher ist dran wir haben die power motor angeschlossen die batterie noch mit angeschlossen ja und ich werde auf jeden fall morgen weiter morgen machen mit dem vorderen teil und dann sehe ich weiter wie weit ich komme ich denke mal werde die ersten drei tüten bauen und dann mache ich einen break und baue dann einfach eine woche später weiter ja in diesem sinne wünsche ich euch auf jeden fall mal einen schönen abend und dann sehen wir uns morgen bis dann so ein neuer tag ein neues glück ein neues bau erlebnis ja hab mal ein bisschen weiter gebaut wir haben wir bauen jetzt gerade hier die lenkung so weit sind wir bis jetzt gekommen viele 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 kleine teile interessante bautechniken bin mal gespannt wie es wird ne zudem haben wir natürlich jetzt hier ich habe übrigens mal die getestet funktioniert eigentlich alles soweit wir wenn es hier noch 13er lift einmal und löfer lift einmal verbaut zur verstärkung wiegt sich hier alles noch ein bisserl na ja ich werde mal sehen wie es weitergeht als nächstes werden wir wahrscheinlich hier auch eine federung noch mit einbauen und dann die lenkung selber an sich qualität der steine bis jetzt soweit alles noch gut alles soweit in ordnung klemmkraft geht manchmal ein bisschen schwer ich muss man mal richtig drücken damit auch alles richtig klemmt gut aber ansonsten bis jetzt alles gut ja ich habe leider einen fehlteil und zwar habe ich mir findet hier so eine cardanwelle was natürlich sehr sehr schade ist und ich habe mir jetzt einmal von meinen fundus mal was genommen naja wer vielleicht noch mal irgendwo ersatz bestellen weiß ich noch nicht wo vielleicht mal bei blubix mal gucken ob die sowas haben ja also ich brauche auf jeden fall mal weiter bis gleich so und da bin ich auch wieder und ich habe nach etwa gut eine halbe stunde haben wir ein teil vom vorderrad gemacht beziehungsweise von der lenkung ja das ist der ein teil hier haben wir den zweiten teil wie seht haben wir hier schon die bisschen die lenkung verbaut dann wird das hier irgendwann mal irgendwo irgendwie dran gesetzt wo weiß ich noch nicht weil ihr seht ich werde auf jeden fall den zweiten teil davon hier und so sieht das besser den zweiten teil davon verbauen das muss dann irgendwie alles noch irgendwie verbunden werden ja wenn ich das getan habe dann will ich mich gleich wieder zurück also also leute eins muss man sagen das ist definitiv kein set für blutige anfänger also das ist ja mal die vordere lenkung sie denkt doch kein problem aber was ich da alles durchstecken muss das ist ja brutal das ist richtig brutal da haben wir schon ganz schön spielen an der hände wo wir hier unsere bügel wiederholung ist eingebaut immer gespannt wie das ganze weiter läuft aber anstrengend das kann man sagen das kostet zeit zumindest am anfang ich denke mal die weitere bauschritte wird ein bisschen schneller gehen wenn die ganze technik vorbei ist aber schon heftig wirklich heftig anfänger lasst die finger davon anleitung ist wohl ganz gut aber wie man das hier alles durchstecken muss das da braucht man eine lupe da braucht man echt eine lupe das hier weiß nicht ob ihr das seht ich habe diese große ich glaube das ist eine 8er kreuzstange komplett hier durch ich sage euch da ist spannung drauf da ist richtig spannung drauf das war anstrengend naja ich baue auf jeden fall mal weiter ich werde wahrscheinlich heute nicht fertig werden werde wahrscheinlich morgen wieder weiter bauen ein paar steck mache ich noch und dann baue ich einfach morgen weiter bis dann so ihr lieben für heute melde ich mich auf jeden fall das letzte mal ich werde dann mal morgen weiter bauen mit Tüte 3 wir haben quasi die Lenkung eigentlich jetzt so fertiggestellt jetzt werden wir das ganze mal verbinden das wird eine kleine hochzeit geben das machen wir mal schnell gemeinsam dazu habe ich schon die zwei verbindungsstücke vorbereitet und die setzen wir jetzt ganz einfach mal ein ein Okay. Also wie ihr seht, wird es verdammt schwierig. So, das eine. So, haben wir es soweit fertig. Jetzt haben wir auch ungefähr die Länge. So, das Ding wird riesig. Ja, ich würde sagen, ich mache für euch Schluss. Morgen wird dann die dritte Tüte aufgemacht. Und in diesem Sinne will ich eine angenehme Nachtruhe. Bis morgen. So Freunde, wieder mal ist ein Tag vergangen. Und ich baue wieder ein bisschen weiter. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Servo eingebaut. Diese Batterie ist hier eingelegt. Das funktioniert auch alles. Mach es mal kurz an. So. Lenkung funktioniert. Baum oder funktioniert. So wie es sein soll. Licht ist glaube ich hier nicht dabei. Und wenn nicht, denke ich mal, kann man das ja jederzeit nachbauen. Vielleicht mache ich das eine oder andere. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine stolze Größe. Das ist alles jetzt hier natürlich noch nicht kommen. Hier biegt sich das noch ein bisschen. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit, das wird jetzt hier alles nochmal ein bisschen überbaut. Dann kommt die Aufbauten drauf. Ja, das ist auf jeden Fall die Tüle 3, die ich momentan baue. Klemmkraft ist nach wie vor. Alles soweit in Ordnung. Das war ja beim Zweier gestern auch schon. So habe ich ja gestern euch schon gesagt. Ja, und was ich natürlich schön finde bei Happy Build. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier, gerade bei den Liftarmen haben wir schon die Größenangaben. Das finde ich immer ganz toll. Da muss man nicht lange suchen. Kann einfach dran legen und kann drauf losbauen. Ja, in diesem Sinne, ich baue jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, es gibt einen Zweiteiler. Sobald die Tüte 3 beendet habe, gibt es einen Cut. Und Teil 2 kommen dann eine Woche später. So, nach einer guten halben Stunde sind wir ein bisschen weiter gekommen. Wir haben jetzt hier die Leitung dran gemacht. Ähm, ich vermute mal, wenn ich jetzt hier an die Batterie ran kommen will. An die Algo-Box muss ich einfach hier nur die zwei. Dinger lösen. Ich kriege das hin. Ach, jetzt ist es mein. Dreh jetzt aber. Ja. Und dann kann ich das hier nämlich. Ja. Oder auch nicht. Warum geht das nicht? Wann ging es da? Naja. Dann kann man das hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Dann klappt man das hier wieder zu. Und macht es hier zu. Ja. So wird es, glaube ich, ganz funktionieren. Äh, sicher bin ich mir natürlich nicht. Werde ich dann sehen. Ganz am Ende. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Naja. Ich brauche auf jeden Fall mal weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und wir sind natürlich wieder ein kleines Stückchen weiter gekommen. Wir haben hier ein bisschen was hoch gebaut. Dann haben wir hier ein bisschen was. Das haben wir noch gebaut. Hoch gebaut. Und alles hier hinten miteinander verbunden. Das ist jetzt fast fest. Haben wir nur fast. Ähm. Hier kommt dann meiner wahrscheinlich dann später im. Bei der Tüte 4 kommen dann die Sitze dran. Das brauchen wir heute natürlich nicht. Wie gesagt. Das wird dann als nächste Woche passieren. Ja. Auf jeden Fall werden wir hier noch ein bisschen was bauen. Hier vorne. Und dann sind wir auch schon mit Tüte 3 fertig. Ja. Wie gesagt. Nach wie vor. Happy Build. Ich mag die Firma. Gut. Ähm. Einige Stellen ist natürlich immer schwierig. Weil man da richtig rein drücken muss. Man kriegt richtige Schwillen an den Händen. Aber ansonsten Glammkraft ist top. Und dann gibt es aber auch einige Sachen. Die gehen relativ leicht rein. Man muss halt immer mal gucken. Gerade wenn man hier die Sachen verbindet. Mit diesen 3er Kreuzstangen Steckpinnen. Nenne ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht ob das so korrekt ist. Keine Ahnung. Wer es weiß. Schreibt doch gerne in die Kommentare. Na ja. Ich baue auf jeden Fall mal weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So liebe Freunde. Jetzt kommen wir zum letzten Part. Diesen ersten Teil des. Wir haben jetzt ein bisschen noch die Seitenverkleidung gebaut. Dann wird alles schon mal vorbereitet. Für. Für. Oben das Teil. Ne. Äh. Ja. Ja. Wie gesagt. Im nächsten Teil. Was dann nächste Woche kommt. Dann bauen wir das Auto dann fertig. Das heißt. Wir fangen dann wahrscheinlich mit den Sitzen an. Und so weiter und so fort. Ja. Ich habe natürlich noch ein paar Teile lieber. Falls ihr euch fragen sollte. Warum das so ist. Ähm. Zum Teil werden. Gibt es dieses Auto motorisiert. So wie ich es habe. Und es gibt halt manuell. Und. Da ist es im Prinzip so. Dass man quasi wie hier zum Beispiel. Ein Beispiel. Den Servomotor. So bauen tut. Man kann durch die Batterie bauen. Und. Hinten. Den Power Motor wird auch. Gebaut. Zumindest ist das eine Anleitung dann so. Ja. Dadurch dass ich einmal. Motorisiert habe. Ich wollte es Ihnen nochmal zeigen. Deswegen habe ich den zusammengebaut. Habe ich das natürlich nicht gebraucht. Ja. Dann würde ich sagen. Wir. Beenden das für heute. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe. Und. Ihr könnt mir auch mal verraten. Was ihr so schönes Klemmen tut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch ein frohes Klemmen. Und wir sehen uns dann. In der nächsten Woche wieder. Man sieht sich. Bis dann.